Willkommen bei den Mörderreihen Teil 1. Eigentlich haben wir doch schon mal einen Teil von diesem Spiel gemacht. Ja und jetzt habe ich gedacht einen neuen Anfang und wir spielen Perfect Dark. Und Kregel rappelt drum. Ja genau. Danke Gora. Aber Gora ist ja eine liebe Frau und sie versteht sicher was sie meint. Nein, eure Info. Kregel wurde gerade gebitscht. Ja und der Grund wieso ist ganz einfach, denn sie wusste nicht, dass wenn die Perfect Dark anlassen, dass dann zuerst das Extension Packet sehen wird. Dann wird es halt ein paar mal schwarz, dann wieder farbig und dann wird es schwarz. Und ich muss jetzt auswählen, dass ich bei Rente. Und wir machen heute Mark, denn Mark ist ein Idiot. Versteht euch zwischendurch irgendjemand, was reguliert wird? Nein, nein, nein. Ich rede ein wenig, ich weiss, es tut mir leid. Und wir haben heute zwei Gäste bei uns. Das war ein gut davon. Und so wie ihr bemerkt habt, wir haben heute zwei Gäste bei uns. Und zwar Rene. Rene. Ronja, der Rene Valkyr. Und Zina, der Zinu mit Schinschkopf. Start, hallo. Oh fuck, das war das Falsche. Ja, die Arena wollen wir... Machen wir gleich an. Wir machen einfach... Ich würde sagen, alle Dings durch, dann sind alle glücklich und zufrieden. Ich glaube, Power war das Richtige. Ja. Sorry. Power war das Richtige. Dann machen wir die Limits. 10 Minuten sind Score. Nein, 20 Minuten. Nein, 10 Minuten ist gut und kann ich hier aus einem Part daraus machen. Okay. Ja, Stiggy hat er wieder mal rechts. Zurück. Dann... Ja, wir machen alle Dinge durch. Immer auf Power. Oder wo? Ja, immer auf Power. Ja, Power ist okay. Wenn es euch gefällt, spielt ihr an. Ich bin natürlich... Du. Ich bin Mark. Zina Star. Ich glaube ich bin Zina Star. Nein, ich bin Stiggy. Also Gora spielt unter den Zina Star. Ich glaube ich habe... Zina Star neben ihr sitzt eigentlich. Ja. Ja, wir nehmen... Und wir sind alle Fames. Zina ist ein Sternchen. Ich bin oben links. Naja, lassen wir es mal. Da oben war ein Gegner. Das gefällt mir nicht. Denn ihr ist beim gleichesten Bonnpunkt wie ich gewesen. Naja, das war ich. Dreifach Schuss. Interessant. Dreifach Schuss? Ja, MagSitec hat aus Sekundärfunktion Dreifach Schuss. Ich brauche eine Waffe. Gib mir dieses Scheiss Ding. Sonst bin ich normalerweise nicht so. Hi Mark. Was? WTF? Ja, wir sollten vielleicht noch sagen, was es ist. Vielleicht hat man es gewinnt. Aber... Ja, weil du eine Magnum hattest und ich nur eine Scheiss MagSitec. Und ich habe sie aufgenommen. Und ich habe fast keine Munition, was mir gar nicht gefällt. Ah, jetzt aber bitte. Wieso eigentlich MagSitec 4? Was ist mit MagSitec 1 bis 3 passiert? Keine Ahnung. Jedenfalls wollen wir jetzt ein und einmal etwas sagen, das Sinn ergibt. Oder... Wollen wir weiter schnurren ohne Grund? Nein, schnurren ohne Grund. Klingt cool. Nein, keine Ahnung. Nein, der ist nicht time A. Nein! Nein, das ist nicht so. Nein, ich habe mich nicht. Nein! Das ist kein Schild, Stiggy! Nein, du bist nicht! Hau auf! Ja! Wir kommen doch nicht zurück mit der Sterne und Schnau. Goddammit! Ich brauche ein Schild! Ich brauche ein Taisonschild. Keine Energie aufgezogen, danke! Schild! Meine lieben Damen und Herren, holen Sie immer ein Schild! Es wird Ihnen helfen und ich freu bleiben für ihn. Ja, Schild sind in diesem Spiel sehr wichtig. Wenn ihr kein Schild habt, seid ihr offenes Kanonenfutter. Was war das? Es war NICHTS! Präsentiert von NICHTS! Oh Gott! Entschuldigung, ich musste irgendeinen Joke reinbringen, der kein Sinn mehr gibt. Ich finde auch gar nicht dieses Paar. Aha! Who is that all about? Oh süß! Wow, that's not good, that's not good! That's really not good! Okay, wie besser die deutsche Sprache wechseln? Und ich habe einen Schild. Sorry about that old Jack. Ich meine, Entschuldigung alter Mann. Jack heisst nicht Mann. Was ist passiert? Alter, das ist explodiert. Ich schwöre, war eine Fusion. Ah! Imbret, das ist ein Tier, das mir nicht gefällt! Das ist ein Mensch, ein Stiggy ist es! Oh Gott! Scheiss, warum ist es immer so gut? Weil ich an die AR34 ein Standard-Waffenset soll sein von... Ich glaube ich hatte im ganzen Spiel noch keine anderen Waffen ausser den Mag-Sack 4! Danke für den Spucken! Hauptsimmel bin ich... Spuck nicht herum, you're lieber Kerl! Hater-Pinguin-Penis! Du hast keinen einzigen Spucken verloren! Darfst du mal ein Penis im Internet sagen? Ja, im Internet darf man alles sagen! Ausser in Deutschland! Das ist alles verboten! Scheiss auf Deutschland! Sorry! Nein! Ah! Wir sind fast! Was du sagen konntest? Nein, es ist im Wert! Nein, es ist im Wert! Es ist direkt vor mir! Man sollte gerade klappen! Es war... Du wurdest durchlachen! Und es war Kregut! Ja, Marc... Du staked! Was gestaked? Muss man nicht kopieren! Ähm... Life's a Pommes and then you got... Ah, wer scheiss an mich? Wieso tut ihr das? Ich hase euch! Du läufst ja weiter! Du lebst ja noch! Hör auf zu... Ja, ey! Hör auf zum Motzen! Zu... Ja! Was zum Teufel! Ja! Ich wusste was funktioniert! War das? Was war das? Eine Dragon? Kregut! Manchmal frage ich mich echt, wieso das du jammerst, wenn ich herumschreibe, weil ihr kein Stück besser seid! Ja, normalerweise sind die so, aber es gibt Ausnahmesituationen! Ah ok! Und du bist einfach penetranter! Das heisst... Ich brauche dieses Schelf nur! Ich bin tot! Ich brauche dieses Schelf nur! Ich bin tot! Ich bin gleich tot! Tot! Oh Gott! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Scheiss! Enggott! Warst du Teufel Nina gerade? Was? Ich bin unbewaffnet! Aber du lebst noch! Ich hab... Ich hab... Ich hab eine AR34! Jetzt hab ich ne richtige Waffe! Ich brauch ne Waffe! Warum reden die von mir, wenn ich gar nicht in den Regierten bin? Ich dachte, du seisst gerade dabei, Krigo zu töten! Nein! Wer war? Das war... Sinastar! Ich hab ihn jetzt... Nein, nein Gott! Ich reagier! Du Scheissding! Jede jemand war gerade dabei, Krigo zu töten, und dann hab ich reingeschissen und hab ihn stattdessen getötet. Ähm... Und irgendwie hab ich versucht, jemanden zu töten und... naja... Du bist direkt wie ne kleine Pussy! Nein, ich hab die Dragon gesetzt und du bist weggerannt wie ne kleine Pussy! Ja, und irgendwie... Du weggerannt wie ne kleine Pussy! Ja, genau! Dürfte ich mal fertig verziehen? Nein! Also erzähl wie du wieder kleine Pussy weggerannt bist! Halt die Fresse! Kleine Pussy! Halt die Fresse! Ah, kleine Pussy! Hurra! 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 Schwarzherzige Hurra! Das war wahr! Oh mein... Hattest du den Begriff over the top? No. Genau das hast du gerade abgerufen. Okay! Oh nein! Oh nein! Das heisst so viel wie einfaches Übertreiben! Zu viel das Gute! Ja! Das macht ihr auch schon nix! Alter! Wo? Don't worry, Bro! Ich hab mich umgedreht! Oh Mann! Jetzt bin ich schlecht! Vor den Affen haben wir drei Runden gemacht! In allen drei Runden habe ich alle Bände gebietet! Zulich! Keitbeweis dafür! Doch! Speicherstände! Auf diesem Modul! Ich bin noch von hinten! Fuck you! Ah hui! Is back here! Mensch! Welche Schlampe war das? Ach, scheisse! Scheisse! Jetzt gibt's ab! Welche Schlampe war es? Das warst du! Nein! Wer mich von hinten genommen hat! Äh! Ich brauche eine richtige Waffe! Ja! Ich hab ihn ja schon... Ich hab nur... Also... Goren spielt gar nicht! Das ist... It's a secret to everyone! Scheissegal! PBG war das! Scheissegal! Nein! Das war Zelda! What the... Nein! Nein! Ich war der alte Typ bei Legend of Zelda! Und irgendwer kommt von der Seite! I don't like that! I don't like that! I don't like you! I know! Komm links! Was heisst das? Nein! Da ist nur ein zweiter! Ich hab keine Waffe! Keine Schild gar nicht! Oh! Freezone! Ich hab keine Waffe! Keine Waffe! Keine Waffe! Am selben Ort! Und Stigi hab ich getötet! Und wer ist noch in der Nähe? Scheisse! Ich schieße auf zwei Leute! Und dann kommt ein Britter um die Hecke und er schiebe dich! Wenn sich zwei Streifen freut sich der dritte! Wo ist der andere? Du weisst wenn sich drei Streifen freut sich der dritte! Ich hab mich schiessen! Ich hab keine fucking Waffe! Okay! Halt's Maul jetzt! Ah! Fickt euch! Nein! Ich hab dir keine Waffe! Ich kann auch ohne Waffe Leute! Das habe ich oft genug bewiesen! Ich würde sagen selber schuld! Nein! Selber Mark! Tch! Was? Was? Selber Mark! Du bist Mark! Ja ich weiss! Nein bist du nicht! Du bist Markland! Das war dämlich! Ich weiss! Wir seid dämlich! Nein! Du bist dämlich! Okay! Wenn ein Schwanz läuft wie der Faden gerade auf mich zu und dann mir vorbei! Du bist zu viel unten! Oh mein Gott! Wir sind laufende Schwänzer! Oh mein Gott! Das ist ein laufende Schwanz! Der Mark hat gesagt der laufende Schwänzer rum! Ich kann nichts denken! Welcher Schwanz war das? Was heisst denn? Okay! Der von Schwanz ich mich nicht soll! Mann darf ich mich nicht alles sagen! Mann darf doch! Ich will keine Mark machen! Ich will diese fucking R34! Ah! Ich höre auf Rumpferschwein! Ihr kriegt einen Tinnitus! Ich hab schon einen... Ah! Gib mir Munition! Das ist gleich danach im Video was ein Tinnitus ist! Da oben ist noch einer! Überall sind sie! Überall! Mein E-Ton sieht auch viel nach oben! Auf unten vor mir einfach ging auch so! Warum redest du mir alles so laut? Was ist so eis passiert? Nein! 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 Ich kann deine Beine nicht verspüren! Wir sollten aufhören! Ja sehr hart! Schlag es! Schlag es! Ich bin ein Mann von einer Frau! Ich darf dich schla... Nein! Ok Mark hat keine Waffe! Scheisse dir! Und wenn es da vorne noch einer ist dann geb ich auf... Da ist noch einer oder? Nein ich lass sie gerade weg! Ich lasse mich einfach weg! Weil ich weiss ja auch Beine keine Beine haben! Ich will das nicht ausnutzen. Nein, du willst das nicht ausnutzen. Und wie ich das ausnutzen würde. Vielleicht laufe ich auch auf... Oh Gott, ich bin betäubt worden. Wieso musst du mich dann verfolgen? Ich habe irgendwie den falschen Knopf gedrückt oder so. Oh Gott! Coming soon. Ja, coming soon. So ist es. Ja! Endlich! Endlich hatte ich sie! Also, ich würde sagen... Nein, versteht man sehr wahrscheinlich nicht. Nein, tut man nicht. Egal. Wir haben uns noch nie besonders um Qualität geschärft. Nein. Ich hatte eine Waffe! Oh, dann ist er schon tot. Oh, 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 das gefällt mir nicht. Irgendwo hier. Irgendwo. Ich glaube, ich habe gerade den längsten Killstreak aller Zeiten. Für meinen persönlichen Rekord, sagen wir mal so. Nein. Okay, ich schaue mal rum. Vielleicht finde ich eine Dragon. Diese Dragons haben nur bei mir gewirkt bisher. Nein, ich bin auch schon in einer reingelaufen, aber ich bin nicht gestoßen. Ah, das warst du! Ja, ich auch! Ich habe auch schon eine gesetzt die Kugler sind dort aufgeschickt. Oder wie man dann lacht. Schickt! 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 Ich bin so eine Art wie Skieck zu laufen. Jep! Schickt! Okay, scheisse! Ja, die Frage ist nicht, wer Skieck ist! Was ist denn? Ich weiss, wer Skieck ist! Wo zum Teufel seid ihr? Ich habe keinen richtigen Passen! Ich weiss, wer Skieck ist! Gut! Wieso fragst du das? Wieso steht der Typ eigentlich einfach im Bödel? Was ist passiert? Ich will Fane! Ich will Fane! Hatte ich Abzug gemacht für Dragon? Zeit wann! Ah, bei mir die Magnum! Eintagsflieger trefft sie! Bin ich jetzt... Bin ich jetzt Zweiter? Ich bin Letztal! Du bist Zweiter, ich bin Erster, ja! Und ich bin Letztal! Gut, dann... Geppitsch du Bitch! Dann würde ich behaupten, Solar Balbal stark gedrückt haben, können wir endlich sagen, zur nächsten Runde! Genau! Und zum Zug!